Fanfaren, Trompeter, Grenzlein von 1958 kommen hier gerade um die Ecke beim Aachener Markt. In den Jahren 1955 bis 1958 gab es für die Jugend im Fahrzeugquartier weder auf dem kulturellen noch auf dem sportlichen Gebiet die Möglichkeit zur Freizeitgestaltung. Und sie sind so nah, dass wir sehr zuhören können und ich kann nämlich auch was tun, ich kann nämlich jetzt mal den Mund halten. Liebe Grüße auch an den Marcel, der uns sicherlich gerade nicht zugucken kann, weil der ist nämlich mit der Oescher Prento unterwegs. Lieber Grüße von hier, von den Kommandatoren, euch sehen wir ja sicherlich gleich auch noch, aber im Moment hören wir mal die Fanfaren der Trompetergrenzlein von 1958. Sie sind eine Applausung, wunderbar! Das ist auch die Grenzlein von Peter, dreimal Ache! warm. Erstmal. Einer! Ja! Wer! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020